Aber sorry, ich bin alleine. Gegen alle. Der ist ausgebrannt, den habe ich gelootet. Wie viel habe ich denn jetzt hier getötet, sag mal. Hallo, euer Senseless Survivor hier und damit herzlich willkommen zu einem Handshowdown-Run, der mir nun ja keinen Spaß gemacht hat. Wer meine Handshowdown-Videos mit Micha, Pascal, Nicole, Tim und Manu kennt, der weiß, was ich unter Spaß verstehe. Nun, wie gesagt, dieser Run war jenseits von meiner Vorstellung von Spaß. Und das lag nicht etwa daran, dass ich nicht lebend aus dem Run gekommen bin, sondern vielmehr an meinem Mate. Ich bin bei 0,3. Was? Ich bin jetzt bei 0,3. Also 0,83 meine ich. Um es gleich vorwegzunehmen, es gab danach keine weiteren Runs mehr mit ihm. Nun will ich niemanden dafür verurteilen, mir ist, wir sind alle unterschiedlich und das ist auch gut so. Wäre ja sonst echt langweilig auf der Welt. Aber es gibt eben Menschen, in deren Art man sich sofort verliebt. Und es gibt Menschen, mit denen kommt man einfach nicht klar. Das scheiß Großmesser ist einfach so dämlich. Jemand, der was auf dem Kasten hat, trotz allem aber noch bescheiden bleibt, dir hilft und auch die dümmsten deiner Fragen beantwortet, so jemand hat bei mir einen echten Stein im Brett. Dann gibt es noch die Leute, die auch was auf dem Kasten haben und wollen, dass das aber auch jeder weiß. Also binden sie es jedem auf die Nase, wie toll sie sind, ob er es nun wissen will oder nicht. Und dann gibt es die Leute, die glauben, dass sie was auf dem Kasten haben und die ihren Irrglauben dann aber mit einem Brustton der Überzeugung in die Welt besaunen, dass der geneigte Zuhörer am liebsten kotzen möchte. Falls jemand Lust hat, mit mir zu zocken, dann sage ich selten nein. Und bis auf diese Ausnahme hat auch immer alles gepasst. Nach dem Video wisst ihr also, was nicht zu mir passt. Oh, Fallen. Sehr schön. Okay. Prima. Aber jetzt bitte nicht mehr rausgehen. Aber um es nochmal zu wiederholen, jeder Mensch ist eben, wie er ist und das will ich nicht in Frage stellen oder gar verurteilen. Mich mag schließlich auch nicht jeder und das ist okay. Okay. So, nun aber zum Video. Viel Spaß damit. Ich hab draußen. Ah. So, you found my trap. It's okay. Nice. So, where are you now? Links beim Raten. Ja, aus der Richtung. Catch. 122 Südwesten. Zwei Teams. Ich hab'n Kiff-Fass angeschossen. Ich glaube, da ist einer rein. Hoffentlich, wahrscheinlich. Ich hab'n Kiff-Fass angeschossen. Warte mal, ich such' mal nach einer Fackel. ja da ist einer hier kommt einer aua sorry kommt wieder rein schnell hier brennt alles egal egal ich komme einfach reinkommen hier einen rennen hinter auch so durch den zeichen okay zu suchen man noch da draußen zu schmeißen aber nicht rausgehen ja er brennt so guck dich mal um da müsste einer sein und dann noch zwei jahre dahinten sein noch da ist einer hier unten war einer und da draußen so meine sicht ist weg ja meine auch headshot mit 40 meter von hinten irgendwo durch fenster ja richtig warte nein wo kam daher ja hey wo hat denn der her geschossen nehmen brauchst nicht mehr ich bin tot mommy help me please i'm scared fucking scared hat er jetzt okay der namsel da drin ist nur noch zwei übrig okay ich habe zwei heilungen noch auch da ist einer drin sehr schön ist denn eine fackel ja spezial munition sehr schön fackel ist an wie ein hund alt uns du 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 So Are you the left the last one Dude come on, I saw me please. Are you the last one? Faktor kommt noch einer Let's me verarschen alter Here, I don't do I don't do something come on there Hey, that's why I'm mine. Yeah, but to piss your fees I had your fault. Yep I'm so sorry Yeah, I'm going to loot I think he will never do that again Yeah, but sorry, I'm alone Gegen alle Der ist ausgebrannt Der habe ich gelootet Wie viel habe ich denn jetzt hier getötet, sag mal Zu viele, hm? Ich glaube, es ist keiner mehr da Ja, die andere Bounty ist auch extracted Will ich jetzt da hier rausgehen oder nicht? Ja, was willst du sonst machen? Ich gehe mal gucken ob hier Gant Opress? Will ich die mitnehmen? Ah, alles ausgebrannt Ich verstehe wie lange brennt das hier Okay Da läuft noch einer Hier, geh mal links raus, da siehst du auf dem Dach Da ist er Oh nein, shit! Oh nein, shit! Scheiße Wieso, was passiert? Ich habe gesagt Hier, bist du der Letzte? Da kam die Antwort Ja Okay, ich lass dich deinen Maid hochholen Und dann kannst du das Bounty von Matthias nehmen Okay, er kam rein Holst deinen Maid hoch BAM! Weggehelltschottet mit der Armbrust Moment in die Typen Ja, dass du das Bounty warst du das Bounty oder in die Typen Wasser Das Bounty und wie du Vielen Dank.